Ah, lol. Ah, lol. Hilfe. Nein, da runter will ich. Ja, 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 ja. Nice, jetzt hab ich alle. Jetzt brauchen wir das Ding. Jetzt brauchen wir wieder wood. Nice. Das Problem ist, ich kann dir auch nicht helfen. Nein! Das ist schon unter keinem guten Himmel, Jan, das Projekt. Dumm-Tidl-Dum. 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 Erzähl mal was. Was Spannendes. Hallo? Ah, der hört mich wahrscheinlich gerade nicht. Mein Windpark und Solarpark. Ja, geil, Liga. Guck, das meine ich. Ich habe die Leertaste schon längst losgelassen und der fliegt immer noch weiter hoch. Der ist so ätzend. Das sieht schon mal viel besser aus. Sieht aus wie so eine Holzhütte aus Uganda, aber egal. So eine Lehmbütte. Ja, das sieht schon besser aus. So, und jetzt traveln wir mal zum ME-System. Und guck nach den Bricks. Nein, nicht mit S. Hä? Nicht mehr viele Bricks. Air. Clay. Oh, da brauchen wir Earth and Airwood. Was ist das denn? Slack. Sludge. Lacerator. Extractor. Enrichment Chamber. Injection Chamber. Redstone Furnace. Alchimic. Alois Melter. Was war das? Sackmil. Oh, eine Sackmil. Ah. Sackmil haben wir benutzen. Oder? Ne, Sackmil haben wir nicht, gell? Play. Jan versteht nur Bahnhof. Hey, nein, ich verstehe mich auch nicht. Jan versteht seine Maus nicht. Teil 3. Teil 3. Mal mal den völlig darunter. Alter, die ist so hoch, einfach. Das ist unglaublich. Hilfe. Oh, ich kann nie wieder mal gespielen. Bei Minecraft kann man die Empfindlichkeit auch nochmal runterstellen. Glaube ich. So. Ich habe mich eingesperrt. Du hast dich jetzt eingesperrt. Ich habe ganz viel Klee gesammelt. Wir brauchen ein paar Stacks. Reicht, glaube ich, nicht mal ansatzweise, bis ich fertig bin. Warte mal, warte mal, lass mal gucken. Options, äh. Controls. Sensitive V. Ganze hoch und runter stellen. Also, die, die. So. Also, die Sensitivität, die kannst du. Hallo? Jetzt darf ich gar nicht mehr laufen. Auch geil. Kannst du hoch und runter stellen. Bei Minecraft nochmal. Ich habe rausgeguckt, wie die Maus enthält, aber irgendwie reagiert es nicht richtig. Echt? Wie? Und zwar, wenn die ganz oberen knapp drücken, dann wird die hoch gestellt. Wenn die dann auf den unteren drücken, dann wird die runter gestellt. Ja. Bei der anderen wäre ja gar keiner recht tun. Die... Die... Die gleiche. Muss ich mal weiter öfter... Loll, wer ist die Idee? Wie? Da ist es mir. Da ist die Idee, die Idee 2.9. Ach so, das ist ein so komischer Roboter, oder? Pass auf, die machen wollen nicht der Menschen haben auch einen Haufenleben. Die Klatschen, die pass auf. Das noch einer. Mit dem Blauen? Nee, ey. Aber ich muss aufpassen, die Klatschen... 1G, oh Gott. Oh, Hilfe. Oh, Alter. Ich kill mich so nur selber. Geh mal so hoch. Ja. Ja, meine Bricks werden langsam besser. Zack. Zack, zack. Easy peasy, lemon squeezy. Das riecht mal ab, der meine Frosse, ey. Aber die Sensitivität ist natürlich noch nicht weiter unten, oder? Nee. Hm, merkwürdig. So, das ist echt komisch. Hm, Mann. Ah, schon besser. So. Besser? Gut, aber nur bei meinem Kurs. Dann nimmt die Maure, die Maus wieder Extender, also Ultra. Dann dreht sie wieder am Rad? Ja. Hm, ja, müssen wir mal nach der Aufnahme mal irgendwann mal gucken. Oder beziehungsweise kannst du da mit... Oder jemand anders da drüber gucken. Alter, ich brauche noch so viel Clay. Und ich weiß nicht, wo ich das herbekommen soll. Müssen wir mal kurz was gucken. Äh... Earth Essence. Wo haben wir die denn? Da. Woher kriegt man die denn? Ah, Earth Seeds. Ja, gut, das kriegen wir hin. Soll ich kurz pennen gehen? Ja, mach mal. Ja, ich bin unterwegs. Und bin tot. Und auf zum M-E-S-E-S-T. Hm, was wollte ich gerade noch machen? Hab ich es wieder vergessen. Gib mir. Da, Earth Essence. Den Earth Seed. Da braucht man Weak Seed. Alter, ich lasse mir nur so hart. Ja, ist es wieder anders da? Ja. Ich kann nichts machen. Das ist echt scheiße. Ich hab auch keine Ahnung, woran das liegen könnte. Da lach so viele Diamond Seeds. Das liegt ein bisschen an der Maus. Liegt nicht an der Maus. Doch, es liegt an der Maus. So. Dann vielleicht einfach mal nochmal aus- und einschlöpseln. Vielleicht hilft das. Woanders da reinchlöpseln. Ja. Ja. Ja, 24 Bricks. Easy going. Easy going. Nein. Nein. Hat der vielleicht noch ein paar bisschen Clay? Mal gucken. Jetzt denke ich mir mal ein bisschen Clay von dem. Clay hat er noch genug, Alter. Das ist ja geil. Ich glaube, wir haben uns mal ein bisschen Clay von dem. Ich brauche das Clay. Mein Vorhaben ist wichtiger als seins mit seinem Clay. Wenn er überhaupt eins hat. Zack, 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 zack. Hm. Was, hm? Tja, das ist irgendwie komisch. Was denn? Jetzt geht's. Oder geht's immer noch nicht? Was sind meine Sticks? Ja, geil. Tastatur, du bist scheiße. So, das klopfen wir jetzt wieder schön weg. Nö. Aber geht es jetzt wieder besser mit deiner Maus oder immer noch nicht? Nee, das ist nicht schön. Oh, Gott. Hm. So, geht's natürlich. Oh, nein. Ja, Tastatur, Alter. Mal gucken. Halt mich da. F3. Jetzt geht's auch wieder. Ja, dann ist er gut. Ja, der ist ziemlich gut. Dann ist er gut. Ich bin der Clan von Clay Farmer im Moment. Okay. Aber ordentlich. So. Das kommt jetzt alles wieder hier rein. Zack, 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 zack. Easy going. Das Dandelion. Dandelion. Keine Ahnung, nennen wir es, wie du es willst. Kommt ins System. Huppe, hey, oh, wuppe, ey. Bist du immer noch unterwegs, oder hast du mittlerweile? Oh, angehalten. Äh, ich hab'n angehalten. Äh, ja. Das ist von der Weide eigentlich schon. Echt? Braust du da jetzt ein Häuschen? Nee. Ich bin gar nicht mit der Meilen. Oder so. Äh, was? Helf mir. Was wollte ich denn gerade noch machen, die Bricks? Oh, shit. Ja. Alter, die scheiße Textur. Okay. 14 ist schon besser. Äh, options. Dann muss ich gut. Komm langsam voran mit unserem Dach. Das find ich gut. Das find ich sehr gut. Sind wir schon fast fertig. Aber es sieht doch richtig schick aus, hier. Ja, gut, äh, hier könnte man vielleicht noch, äh, Stonebricks reinklauen, klatschen. So, hier, da, so Stonebricks, entweder so rum, oder da oben die Reihe dann. Oh, das machen wir. Das ist eine gute Idee. Wenn der mal nicht automatisch fliegen würde. Meine Fresse. Das machen wir. Boah, ist wirklich ein Runden. Stones haben wir noch ganz gut. Ein R-Shard. Ah ja, R-Shards. Zack. Hier, da oben. Äh, Kohle? Nein, nicht die, die da oben liegen lassen. Ganzes Kohle oben liegen lassen. Oh. So, ach ne, hat perfekt gereicht. Nice. Zack. So. Die Reihe da oben, kloppt mal weg. Sieht ein bisschen außergewöhnlich aus, kann man sagen. Das dauert ja Ewigkeiten, bis ich fertig bin. Äh, Kohle braucht noch ein bisschen. So, geht schneller. Wird an deiner Stelle, wenn du farmen gehst, also in der Mine, würde ich wirklich alles mitnehmen. An Erzen. Das ist da. Oh, das ist schon klar, weil. Kann man sich nur zum, was braucht. Eben, genau. Jetzt verschieße ich den einen hinter mir. So, wenn keiner reinkommt. Und sei mir dort. Mach das. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Weiß ich nicht. Okay, jetzt komm. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht mit den Stonebricks. Oh, was ist das denn? Zertus-Quartz ist wichtig, sehr wichtig. Gibt ja einen Grund, warum ich über 200, 3000, Zertus-Quartz habe. Feuerstart? Ja, Feuerstart. Das brauchst du bei so einem Zauber-Mod oder so. Dann brauch ich hier meine Mini-Base erstmal hin. Mach das. Das ist das Grafen. Äh, was soll ich denn mal grafen? Grafen, 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 grafen. Ein Krapfen, grafen. Nee, das ist das schon geschehen. So, dann graf ich meinen Kittesbügel. So, so, so. So, so. Vergehen sieht schon mal anders aus. Das, 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 das. Und draußen, das. Wie sieht das hier aus? Das, das. Ja, kann man machen. Sieht ganz nett aus, das stimmt. Aber das hier, das gefällt mir noch nicht. So. Das lässt es einfach. Ähm. Ja, die fette Mord. Da liegt bei der Lachrohle auch nicht. Aber mein Bett. Das klatsche ich hierhin. Hm. Warte mal, das ist die Falsche. Zack. So, was hätte ich mir... ...ingewichtet. Nice. Warte mal, ich gehe mal kurz wieder pennen. Ja, das ist doch alles egal, ich bin unterirdisch. Ja, dann kann ich auch weitermachen. Okay, hier haben wir was gefunden. Er ist nennst du... ...Mabel. Marble. Das sieht schick aus, als ich war. Bestimmt gut zum Bauern. Das stimmt, das stimmt. Oh Gott, was ist das denn? Hallo? Oh Mann, Alter, meine Tastatur. Ich schmeiß sie gleich irgendwann gegen die Wand. Ich schwör's dir. Bauxid-Uhr. Bauxid, das brauchst du nicht so. Das ist unmöglich. Ich wollte es nur...